für die black ops 3 eine runde waffenspiel mit dabei ist heute der jo was geht auf leute ist auch am start und ja leute eine runde waffenspiel mit gta ronnie und ja leute wir schauen erst mal was was wir so machen werden als wer gewinnen wird natürlich ist ist ja klar ich werde natürlich gewinnen und so nebenbei mit dabei ist polska rochenböge und hr so kommt 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 da muss ich ja kommen so ob 1 top 2 oder top 3 mich noch wenigstens kommen ich bin gerade so abgelangene bei mir kamen gerade die alten gefühle raus das war richtig kräftig einmalig wie geht's euch so wir mal in die kommentare und schreiben und ja wie findet ihr eigentlich überhaupt 3 soll wollte so mal vielleicht 1 bis 1 mit sniper wollte ja wie es 8-8 konny was soll ich gerade abgehe du gewinnst gerade auch ne scheiß du willst du dich einfach ich muss sagen mein internet geht gerade auch so ein bisschen obwohl ich mein laptop und mein handy aus habe was war das was war das so sniper und weg na ein bisschen und mein internet spart ein bisschen rum was ich auch absolut nicht verstehe ich habe handy und laptop aus wieso habe ich denn so schlechte leitung manchmal ich gucke deine team meinen team selber noch und zocke dabei und bin dann auch in der party aber das internet ist perfekt weißt du ist mir auch aber ich komme gerade bei der waffe nicht weiter hier ist eigentlich einfach muss so ein bisschen ausgruppen ja natürlich mich leute bitte boxt ronny in die fresse damit er wieder am anfang ist und ein bisschen aber anfangen ich wollte gemessert ja von mir ja was bist sorry muss dabei sein hä hä du hast den kill bekommen von alles klar hä das ist nicht normal das ist wirklich nicht normal selbstmord du jetzt gewinnst ich messer dich so unverdient nein polster was so ist es nun mal lasst euch nicht von den messern ja es ist lächerlich dieser typ ist so lächerlich doch nicht mal an bitte also ja du musst den kill machen du wirst die wässer scheiße ich muss messer ich muss messern kommt doch her nein easy wieso rennt er denn weg du bist so ein idiot er sieht auf der map ich bin hinter ihnen aber er ignoriert wieso rennen die denn weg vor mir du machst ihn angst ja die haben alle angst ich hab ihn einmal geboxt er holt mich doch nein noch ein box ich box ihn so echt springt er ist auf kard ich hab gewonnen digga er ist auf karding was soll man machen ach komm ich weiß doch scheiße ja ich weiß er ist doch wenn es ist richtig so egal damit wenn ich die aufnahme hammer hammer spiel das will ich mir angucken ja ich sag mir alles da muss leider ich gönne den sieg da gab er nur jetzt gewonnen digga ja wird sein gewonnen aber das ist ein bisschen aus meiner seite hau rein und zahlen kann sich abschieben drei leute